Als gebürtiger Mittenwald ist es mir natürlich ein großes Anliegen, die Carvendl Games in Mittenwald zu unterstützen. Unser Sledge-Hockey-Team ist Teil eurer großen Eisekel-Familie und eine Familie muss sich natürlich gegenseitig unterstützen und zusammenhalten. Leider kann ich persönlich nicht vorbeischauen, weil wir am 4. und 6. März unsere letzten Hauptrundenspiele in der DEL haben. Aber wir promoten natürlich die Veranstaltung im Rahmen unserer Heimspiele und schicken eins von der Mannschaft unterschriebenes Trikot, das auch vom Tobi Wöhrle original getragen wurde. Und wünsche euch jetzt allen Sportlern und Veranstaltern gute Carvendl Games und viel Erfolg und viel Glück. Danke, servus.